Ich will doch bloß 4 Quecksilber bauen. Ist denn das so viel verlangt, verdammt nochmal? Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Kluge Ansatz. Danke. Ich fahr doch irgendwo in der Mine, wo man Quecksilber abbauen konnte. Jetzt, nee, hier ist ein Haustier. Da ist ein Haustier. Aber ich bin so gefrustet, dass es... Ach, das ist Malachit. Machst du jetzt eh auf dicke Hose, ja? Mein großes Maul aus der Komponente. Ich bin eh gerade ein bisschen angepisst. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch... Ist doch ein Hohen, ist das doch... Kann doch nicht so schwer sein, Scheiß Quecksilber zu kriegen, ey. Das war für Malachit da oben. So, den Drachen ignoriere ich jetzt. Ich bin gefrustet, Alter. Es gab doch mal eine Mine. Was hat denn hier so geschürft? Wollte ich mir das mal inner sagen? Anscheinend nicht. Aber das wurde eine... Ach, Quecksilbermine. Geil! Ich hab's doch gewusst. Gib mal her den Stoff, Alter. Dass ich mir schnell noch ein Schwert und einen vernünftigen Bogen bauen kann. Absuchen hier. Alter. Alter, schürft man hier alles weg. Das ist meins. Die Arda ist erschöpft. Die Arda. Da kann ich mal drei Folgen draus schneiden hier. Weil ich verzweifle, die halt jetzt Quecksilber haben will. Verzweiflung! Mein Hals ist schon trocken. Geh jetzt weg. Orientierungssinn des Grauens. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das wäre ja ein Hohn. Ey, gib das her. Ich brauch das viel dringender als du. Es gibt jede Menge Eisen auszugraben. Ja, ich nehm dir gerne alles ab. Seid ihr zum Schürfen hier? Ja. Alles gut. Da der Quecksilber so selten ist, so halt beschissen zu kriegen, nehmen wir alles mit, was ich kriegen kann. Man weiß nie, wann ich es immer noch brauchen kann. Gib mir alles. Ich brauch noch viel mehr. Hör den Storf, ich brauch Quecksilber. Eine neue Droge, Quecksilber. Lass die Ader in Ruhe, das ist meins. Quecksilber-Erz ist selten. Da lohnt sich der Abbau. Ich merke das schon. Das wollen die noch nicht mal teilen. Och, geht er weg? Ich will das haben. Es gibt jede Menge Eisen auszugraben. So viel ist es aber nicht. Es reicht nur für mich. Das hab ich. Ja, ich quäle ein bisschen mein Pet. Ist mir aber jetzt gerade ein bisschen egal. Aber reicht zwar schon. Das reicht ja schon. Ich brauch da eigentlich nur vier Bahnen. Da brauch ich acht Ärzte. Und ja, hab ich noch dann zwei Bahnen übrig. Ist ja nur für die Waffen. Ja, da ist doch gar nichts. Das Schürfen ist ein ehrbares Gewerbe. Und man braucht dazu keinen Meisterp. Oh, oh, meins. Das hier, das nehm ich noch mit. Das nehm ich noch ganz gerne mit. Sorry für diese überlange Schwiedefolge. Aber ich will das Volter jetzt endlich mal hinkriegen. Hier hab ich schon abgefriebelt. Der Respawn dauert ja sicher eine Weile. Aber das reicht ja dann erst einmal. Da ist nichts mehr. Gut, das war's. 14 Erze reicht. Es heißt, dass die Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen und sie niedergebrannt hätten. Ich habe... Das, was die Vampire machen, interessiert mich gerade mal ein bisschen nicht. Ich mag mal gucken, ob in der Kiste schon wieder was Neues ist. Kiste, Kiste, Kiste. Oh, was haben wir hier? Grundum Erz... Ich bin nicht ein Seelenstein. Nö. Kiste, nö. Nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. 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 Alter, ich hab's so viel Gold, ey. Das soll ein Hut sein? Ja, prima. Hast du alles richtig gemacht? Äh, ja. Endlich geschafft, ey. Aber ich hab gewusst, irgendwo war diese dämliche Arten, äh, Mine. Da kann ich hier fast zwei Folgen, die Schmiedefolgen daraus schneiden, aber ich mach das nur zu einer lang. Habt das hinter euch. Jetzt ist es mir egal, ob dunkel ist. Jetzt ist es mir egal, ob dunkel ist. Ist es mir egal, ist es mir egal. Ich hab das, was ich will. Mal, mal, durch Blase. Nur durch Blase. Hier, Bögen. Da wollen wir noch ein paar Stahlbärm. Das dürfte jetzt nicht so das Problem, hier wäre. Ja Bogen, wo ich noch, wo noch, Zweihänder, brauche ich noch ein Stahlbar? Ja komm, das wird jetzt nicht so schwer werden. Also eine Stahlbahn für mich. Warum bist du am Trösen? Eine Stahlbahn hätte ich gerne. Okay. Warum? Alter, jetzt willst du mir echt nochmal ans Beend pissen? Ich propose in verfickten Stahlbahn, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ey. Wollt ihr mir jetzt ernsthaft gegen das Beend pissen? Ich bin froh sein, dass ich bei dem Aufnahmeprogramm keinen Timer habe. Nein, nur abends. Gib mir doch einfach einen verkackten Stahlbahn, ey. Was soll denn das? Was? Ja. Du Vampiren. Ich geh hier nicht raus. Ich fangt mich auf den Schrauben. 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 Ein Riesen. Es ist ein Schrauben. hat es überlebt. Da wollen wir jetzt mal gucken, weil mich so ein dämlicher Hund angegriffen hat. Ja. Hat mir nichts getan. Das war... Oh, nö! Das war mein Händler! Oh, fülle, fickt doch die Hände, ey! Hat der mein Händler getötet? Jetzt habe ich einen Händler weniger. Oh, Mann, jetzt muss ich mir das merken. Dreck, war ein Pierpack, alter! Ah, warte. Wenn ich so weit bin, dann gibt es erstmal ordentlich Haue, alter. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Braucht ihr eine neue Klinge? Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Überlass dieses eitle Elfenzeug den Elfen. Ich könnte euch... Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen? Hast du einen Stahlbaum? Alter, ich komme mir gerade übelst gemobbt vor, ey. Toll, jetzt ist mein Händler von dann, ey. Kotze den Schuh wieder ein bisschen an. Och, nö, ja, ey. Ey, jetzt suche ich hier noch 20 Jahre wegen so einem dämlichen Stahlbarn. Ich kriege die Krise. Jetzt ist doch noch mein... je nach meiner Hände tot. So, ein elenden Vampirpack, ey. Alter, das nervt, das nervt. Boah, und von dem Restgeld jetzt, was ich nach dem Schmieden dann hab, kaufe ich mir was denn zu Hause. Auch wenn es bloß das Klede im Flusswald ist. Alter... Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Klägt dich ins Knie. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Ach, und... mein Beileid. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ach, wir bestimmen wegen dem Schmied. Testament. Hallo, Karte. Im Namen des Jarls, Baal-Väter haben wir... die Tauren den Nachricht, durch den Tod von Klu-Kahn, war bei dir das zu informieren. Hat euch ein Erbe von 100 Goldstöcke vermarkt. Die Brüse wurde an den Vertrutschen gegründet, ja ja. Bei der Händler gestorben ist, habe ich jetzt 90 Gold insgesamt gekriegt, weil das wurde ja was abgezogen. Hast du einen Stahlbarn? Boah, der hat einen Stahlbarn, ich werde bescheuert! Ob ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach vorbei! Der hat einen Stahlbarn! Boah! Schmiedekunst Nummer 360 erhöht, da habe ich die Erobald durch! Und teuer ist das! Sehr teuer! Nordbogen! Ja, warte! 1826 mit der Lesen! 26 mit... Ist ja genau so, Alter! War das jetzt ein blöder Witz, oder wie? Ich hätte mir das jetzt nicht so sparen können! Ja... Das werden... 38 mit... Hochwertig! 64 mit der Lesen, 46 mit der Lesen, ja wirklich, das hat sich geändert, ey! Alter! Alter, das wäre jetzt wohl ein Witz! Ich bitte nicht! Ach klar! Komm, scheiß drauf! Ist mal wieder was anderes, darum geht's mehr! Naja... So, Waffen! Da machen wir mal den Favourite raus! Machen wir den Favourite rein! Favourite raus! Favourite rein! So! Kann man ja den restigen Bullshit verkaufen! Wo ist ein Cloppyhunt? Was? Er ist ein Schlaucherunterweg! So! Die besten Waffen und Rüstungen! So! Waffen! Weg! 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 Hoffentlich hat dieser hässliche... Welche da? Warte mal, ich geh mal hier in die Crema laden, vielleicht haben die einen mächtigen Seelenstein, ist egal wie toll er jetzt ist. Ich weiß nicht, dass Ulfric seinem Ruf gerecht wird. Aber so ist es. Ich würde mehr reiten. Schmuckstücke, Krimskams, solche Sachen. Und du nimmst mir noch mal ein bisschen Müll ab. Bücher werde ich dann lesen. Machen wir mal ein bisschen das Buch weg. Oh, einen fetten Diamant näher ich auch noch. Hab ich dich aber noch. Welcher Seelenstein? Wo ist das Glas her? Acht große. Na, das dürfte ja nicht auch reichen. Die Rubine brauche ich leider. Das brauche ich auch noch. Schwarzer Seelenstein, aber ist leer. Leider. Was machen wir ab? Keine Dornenstein, so. So. Junge Frau, was haben sie denn? Die Dietrichin nehme ich auf jeden Fall mit. Acht große Granitstein. Mächtiger Seelenstein. Der hat wenigstens einen. Komm, den nehmen wir immer mit. Veredelter Malachit. Danke, dass ihr hier einkommt. Hm, ich hab zu danken. Der ist eh Buggy. Der andere ist tot. Bis zum nächsten Mal. Ach, gute Gitte. Ich brauche nur euren Mächtigen, dass ich hier alles gut verzaubern kann. Muss mal gucken, was ich für Verzauberung da hab für die Gussi. Und dann ist Aufnahmepause, ey. Jetzt bestimmt sie über eine Stunde jetzt schon wieder auf. Eine Stunde purer Schmiererkunst. Alter. Ihr werdet mich töten für diese Folge. Ich glaube, die muss ich dann doch splitten. Also, der hat, wie es mir tut. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Mächtiger Seelenstein. Hast du so nicht? Zwei Stück. Ich hätte zu dem gehen können. Geil. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Mal später. So. Entzaubern habe ich nix. Ach, Mann! Nordbogen. Was habe ich da? Blitz, Feuer, Frost, Furcht, Gesundheit weg, Magikaschauen und Tote vertreiben. Keine Seelenfalle, Mist. Die brauche ich auch noch. Hau mal auf dich, Blitz. Blitz. Euch, was ging die Magie-Fanzis? Juden. Ja, still. Und noch ein Level-Up? Das werden wir auch mal gleich in die Verzauberung reinhauen. Das Bräuhoch ab und zu mal. Zwar nicht so oft, aber ich brauche es. Da ist es ja Verzauberung. Da habe ich ja noch gar nichts gemacht. Alter. So, Gegenstand in zwei Händen. Natürlich wird er den Feuerschaden. So. Seelenstein. Mächtiger. Herstellen. So, Gegenstand. Das sind die Handschuhe. Was habe ich denn da für einhändig Verstärkung? Geil. Ich muss echt noch Verzauberung sammeln. Für einen Helm? Was habe ich da? Magiker-Generation verstärken und Veränderung verstärken. Alter. Das geht so nicht. Rüstung. Ausdauer verstärken. Veränderung und Magiker- Regeneration verstärken. Das ist ja fast... Ich habe hier fast nichts dafür. Alter. Blitzresistenz. Das könnte man vielleicht noch machen. Ich brauche unbedingt Verzauberungen. Also, alles was jetzt verzaubert ist, wird demnächst nur raus und entzaubert. Deswegen hebe ich jetzt die mächtigen Seelenstände auf. Das ist ja mies, ey. Das wird gut gemacht. Ich hatte auch was. Gut. Endlich mal was Neues. Endlich mal was Neues. Oh, das passt ja ein bisschen dazu. Gut, endlich kann ich diese überlange Folge beenden. Und da sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.